Wie sieht der verlängerte Lockdown in den hessischen Kitas aus? Ich bin vor der Villa Kunterbun in Altenstadt in der Wetterau und dort kommt heute fast jedes zweite Kind in die Kita. Das sind 50 Kinder, das hat mir die Kita-Leiterin Gabriele Krank gerade gesagt. Sie sagt, viele Eltern können keinen Urlaub mehr nehmen und sie müssen arbeiten, auch im Homeoffice. Eine Mutter hat mir gesagt, ich habe drei Kinder, zwei in der Grundschule, die sind eh zu Hause, ich bin im Homeoffice, ich bin heilfroh, wenn wenigstens ein Kind für ein paar Stunden in der Kita betreut wird. Und FFH-Recherchen zeigen, dass in Bad Vilbel, in Fulda, es ebenfalls wieder deutlich voller wird in den Kitas, trotz des verlängerten Lockdowns in Hessen.